Dein Zoo heute in Klotzko, Polen. Jetzt schaut euch mal diese süßen Igel an, die hier gerade ihr neues Zuhause gefunden haben. Denn wir befinden uns tatsächlich hier in einem Tierheim für Igel. Das hier ist Jerzy, der hier alles am Laufen hält. Für ihn fing alles an, nachdem er vor ein paar Jahren quasi über eine Igel-Familie stolperte und nun seine Berufung gefunden hat. Er arbeitet fulltime und kümmert sich momentan um insgesamt 22 Exemplare. Ja, es sind 22 Igel, alle mit unterschiedlichem Alter und unterschiedlichen Bedürfnissen. Mein Tag fängt etwa um 9 Uhr morgens an, dann mache ich erstmal alles sauber hier. Anschließend wird gefüttert, dann werden die Tiere untersucht, durchgecheckt und gewogen. Doch damit nicht genug. Jerzy hat sogar eine Igel-Hotline eingerichtet. So kann man sich immer rund um die stachligen niedlichen Tiere informieren und im Ernstfall Hilfe rufen. Dein Zoo hat immer geöffnet, hier auf YouTube. Klicke auf das Logo zum Abonnieren. Links für die süßesten Tiervideos und rechts für die interessantesten Stories. Viel Spaß beim Anschauen!